Ja, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie sehr herzlich heute im Heiner Haus. Ich freue mich sehr, dass wir nicht nur digital unterwegs sind, sondern heute auch doch wirklich ein paar wenige Gäste, zumindest live vor Ort haben und begrüße natürlich auch diejenigen, die im Livestream jetzt uns von außerhalb irgendwo auch mit besuchen können. Natürlich freue ich mich ganz besonders, dass Philippe Toussaint jetzt heute wieder mal bei uns ist, heute mit seinem neuen Roman und gleich daraus lesen wird und auch im Gespräch ein bisschen was vertiefen wird. Neben Jean-Philippe Toussaint haben wir Heinz Norbert Jocks, den Publizisten, Essayisten, der den Abend moderieren wird. Wir haben Frau Professor Hennigfeld von der Düsseldorfer Universität, die übersetzen wird und Rudolf Müller, den Inhaber von Müller und Böhm, auch mein Mann, der den deutschen Text sprechen wird. Also ich denke, es wird ein schöner Abend. Ich freue mich sehr und ich würde jetzt um einen Applaus bitten für Herrn Toussaint, der jetzt auf die Bühne kommt. Würden Sie vielleicht kommen? Applaus Prima. Und Norbert, du auch. Oh, das Wichtigste vergessen, dass natürlich die, die jetzt alle hier sind, über die ich mich so freue, die kenne ich natürlich auch persönlich, aber dass wir es live ausstrahlen können, verdanken wir eben auch der belgischen Botschaft in Brüssel. Und vielleicht dafür auch einen Applaus, dass wir das jetzt sozusagen auch noch haben. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich würde sagen, ich würde sehr vielen Dank, dass Sie hierher gekommen sind. Es ist ein bisschen gefährlich, weil Sie von Brüssel kommen kommen, das ist die Sonne Rouge. Und vielleicht ist es ein Thema auch interessant, wenn wir von Ihrem Roman sprechen sprechen. Und ich werde jetzt eine introduktion machen, aber in Deutsch, weil es ein bisschen zu schnell ist. Also Sie haben es vielleicht verstanden, was ich gesagt habe, oder soll ich das übersetzen? Also ich freue mich natürlich, dass ich dieses Gespräch heute Abend moderieren darf. Und ich wollte eine kurze Einführung machen, um eigentlich eine sehr kurze, um zu wissen, um zu erfahren zu bringen, wer Monsieur Toussaint ist. Jean-Philippe Toussaint wurde als Sohn einer Journalisten, Yves Toussaint und der Buchhändlerin Monique Lanz-Koronski geboren. Ab 1973 lebte er in Paris, 1973 errang er in Cannes den Juniorenmeistertitel in Skabel. Also ich will das jetzt gar nicht weiter ausführen, ich bin nicht wirklich auf die Einführung vorbereitet. Was ganz wichtig ist, dass die Romane, die er geschrieben hat, zum Teil von ihm selber verfilmt worden sind. Und der erste Roman, den er geschrieben hatte, der nicht veröffentlicht worden ist, den hat er an Alain Robcrayer, einem Vertreter des Nouveaux-Romans, geschickt. Und damit will ich es eigentlich belasten, nur der Hinweis auf den Nouveaux-Romans, darauf werde ich später eingehen. Ich würde sagen, wir beginnen mit der Lekture, um eine Basis zu unserer Diskussion zu machen. In französisch, d'abord. Ich kann es nicht mehr sagen, oder? Ich kann es nicht mehr sagen. 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 On ne sait jamais tout de la vie de nos proches. Des pans entiers de leur existence ne nous sont pas accessibles. Ils demeurent toujours des zones d'ombre dans leur vie. Des blancs, des trous, des absences, des omissions. Même chez les personnes qu'on croit le mieux connaître, ils subsistent des territoires inconnus. Mais chez nous-mêmes, n'est-on pas censé tout connaître de notre propre vie ? Ne doit-on pas être tout le temps joignable, par téléphone, par mail, par messenger ? N'est-on pas tenu maintenant d'être localisable en permanence ? N'est-il pas indispensable, quand on voyage, que nos proches sachent à tout moment où nous nous trouvons, dans quel pays, dans quelle ville, dans quel hôtel ? Ce qui m'est arrivé pendant ces 48 heures, où personne de ma famille, ni de mon environnement professionnel, ne savait où j'étais ? N'était pas une de ces disparitions volontaires, comme il en survient plusieurs milliers chaque année en France. Ce n'était pas non plus une de ces amnésies passagères, un trou de mémoire, une éclipse fugitive de la conscience due à l'abus d'alcool, quand après une soirée trop arrosée, on ne se souvient plus au réveil des événements de la nuit, qui nous réapparaissent dans les vapeurs de notre mémoire embrumée, comme si les choses que nous avions vécues la nuit précédente, et parfois les plus voluptueuses, comme une aventure sexuelle éphémère, étaient advenues malgré nous, et avaient par la suite été effacées de notre mémoire. Non, je n'ai souffert d'aucune amnésie de cette sorte pendant ces 48 heures. Au contraire, je me souviens de ces deux jours, avec netteté et précision, certaines images me reviennent même avec une clairvoyance hallucinatoire. Mais il y a ce blanc, ce blanc volontaire dans mon emploi du temps, cette parenthèse occulte que j'ai moi-même organisée en gommant toute trace de ma présence au monde, comme si j'avais disparu des radars, comme si je m'étais volatilisé en temps réel. Je n'étais, pendant 48 heures, officiellement plus nulle part. Et personne n'a jamais su où je me trouvais. Une Leerstelle. Ja, wenn ich dann zurückdenke, begann es mit einer Leerstelle. Im Winter gab es in meinem Zeitablauf zwischen meinem Abflug vom Flughafen Paris-Oissy, am frühen Nachmittag des 14. Dezember und meiner Ankunft am 16. Dezember um 17.15 Uhr, am Narita Airport, eine Leerstelle von 48 Stunden. Wir wissen nie alles über das Leben uns nahestehender Personen. Ganze Momente ihres Daseins sind uns verborgen. Es bleiben immer Grauzonen in ihrem Leben, Leerstellen, Lücken, Auslassungen, Abwesenheiten. Selbst bei den Menschen, die man am besten zu kennen glaubt, gibt es unbekannte Territorien. Aber wie steht es bis uns selbst? Sollte nicht eigentlich alles von unserem Leben bekannt sein? Sollten wir nicht ständig erreichbar sein, telefonisch, per Mail oder via Facebook-App? Sind wir heute nicht gehalten, ständig lokalisierbar zu sein? Ist es bei Reisen nicht unentbehrlich geworden, unsere Nächsten wissen zu lassen, wo wir uns gerade aufhalten? In welchem Land? In welcher Stadt? In welchem Hotel? Bei dem, was mir in diesen 48 Stunden passiert ist, in denen niemand aus meiner Familie oder aus meinem beruflichen Umfeld wusste, wo ich mich befand, handelte es sich nicht um eine jener vorsätzlichen Fluchten, wie sie in Frankreich jährlich tausendfach vorkommen. Es handelte sich auch nicht um eine dieser vorübergehenden Amnesien, eine Gedächtnislücke, ein flüchtiges Aussetzen des Erinnerungsvermögens, das einem übermäßigen Alkoholkonsum nach einem allzu feuchtfröhlichen Abend geschuldet wäre. Wenn man sich beim Aufwachen nicht mehr an die Ereignisse der Nacht erinnert, die in unserem vernebelten Hirn nur bruchstückhaft wieder auftauchen, als ob die Dinge, die wir in der vorangegangenen Nacht erlebt hatten, manchmal die lustvollsten, wie etwa ein schnelles sexuelles Abenteuer, gegen unseren Willen geschehen sind und im Nachhinein aus dem Gedächtnis gelöscht worden wären. Nein, unter einem solchen 48-stündigen Blackout hatte ich nicht zu leiden. Im Gegenteil, ich erinnere mich klar und deutlich an jene beiden Tage. Manche Bilder habe ich sogar in halluzinatorischer Klarheit wieder vor Augen. Aber die Leerstelle ist da. Diese vorsätzlich gefasste Leerstelle in meinem Zeitplan, diese geheime Parenthese von mir selbst organisiert, indem ich jede Spur meines Daseins auf der Welt ausradiert habe als habe ich vom Radar verschwunden, als hätte ich mich buchstäblich in Luft aufgelöst. Von Amts wegen war ich 48 Stunden lang nirgendwo. Und nie hat jemand erfahren, wo ich mich aufhielt. Bei der Europäischen Kommission, für die ich arbeite, vermutete man mich in Japan. Auch meine Familie dachte ich sein in Tokio. Meine Teilnahme an dem internationalen Kolloquium Blockchain and Bitcoin Prospects war schon lange geplant. Ich war als europäischer Experte eingeladen, am zweiten Tag des Kolloquiums im Tokio International Forum einen Vortrag zu halten. Professor Nakashima von der Universität Todai hatte meine Reise organisiert und das Programm für mich ausgearbeitet, mir neben meinem Vortrag beim Kolloquium einen weiteren Vortrag an seiner Universität beschafft. Seit einigen Jahren setzte ich mich im Rahmen meiner Tätigkeit für die gemeinsame Forschungsstelle für wissenschaftliche Beratung in Brüssel, vor allem mit der Blockchain-Technologie auseinander. Ich arbeitete schon lange auf dem Giet der strategischen Zukunftsforschung, zunächst für la centre d'études et de prospectives strategiques in Paris, jetzt für die Europäische Kommission. Seit mehr als 20 Jahren schon beschäftigte ich mich mit der Zukunft. Und in diesen 20 Jahren nur Missverständnisse. Wie oft hatte ich richtigstellen müssen, dass die Zukunftsforschung, soweit sie ihren Gegenstand vom wissenschaftlichen Standpunkt aus betrachtet, nichts mit Wahrsagerei zu tun hat? Wie oft wurde ich bei Abendessen in der Stadt, in Paris oder in Brüssel gefragt? Wollte ich so Spezialist für Fragen der Zukunft sei, was diese für uns bereit hielt? Bestenfalls bezog sich die Frage, Himmel sei Dank, nicht auf die Zukunft als solche. Das ist, ich weiß es aus Erfahrung, ein weites Feld. Sondern auf den einen oder anderen speziellen Aspekt, die Umwelt oder die Geopolitik, also die Erwärmung der Erde oder die Entwicklung der syrischen Frage. Ich löste mit meinen Antworten in aller Regel nur Enttäuschung und stille Missbildung aus. Ja, sogar kaum verhohlenes Misstrauen. Weil ich im Bewusstsein meiner eng gefassten wissenschaftlichen Vorgehensweise antwortete, nichts darüber wissen zu können. Dem einverständlichen Schmunzeln, dem Austauschen verstohlener Blicke und den amüsierten Gesichtern, die ich am Tisch wahrnehmen konnte, setzte ich nichts entgegen. Ich versuchte weder mich zu erklären, noch weniger zu überzeugen. Allenfalls machte ich das Eingeständnis, dass zuweilen die Intuition mir zu Hilfe käme. Ich forschte über die Zukunft. Ja, wie großartig. Selbst meine Kollegen in der Europäischen Kommission hatten gemeinhin keine Ahnung, worum es dabei ging. Nicht selten kam es vor, dass der ein oder andere Generaldirektor mich wegen der rätselhaften Abteilung, die ich leitete, in meinem Büro besuchte, um mich zu fragen, was es denn genau mit der Zukunftsforschung auf sich habe, um dann wie nebenbei hinzuzufügen, denn das war oft der eigentliche Grund des Besuchs. Und wie könnte mir das von Nutzen sein? Und jedes Mal nahm ich mir die Zeit, gebetsmühlenartig zu erklären, was Zukunftsforschung nicht bedeutete. Ich begann, sie negativ zu definieren. Denn was die Zukunftsforschung nicht war, das wusste ich zu genüge, aber zu wissen, was sie war? Also, es ist ein bisschen kompliziert zu sprechen, von Ihrem Roman. Und ich will versuchen, zu beginnen mit einer Frage. Du kommst das Roman mit einem bombardieren, nicht in diesem Buch, aber mit einem bombardieren, über die neue Technologie, die sich nen Blockchime. Und es ist sehr schwierig für jemanden, der nicht kennt das Wissen. Und ich frage mich die Frage, warum hast du diesen Roman commencé, mit einem bombardieren, mit so vielen Infos am Beginn des Romans? Also, es gibt viele Asperte. Also, er wollte gerne, einen Roman in Brüssel situieren. Brüssel ist die Stadt aus der Stammt und er hat noch nie in seinen Roman über Brüssel geschrieben. Das wollte er jetzt ändern. Und an Brüssel interessiert ihn natürlich auch, dass es die symbolische Hauptstadt der EU ist. Also, Avant d'en arriver au bombardement, un mot sur la prospective. J'ai fait du narrateur un spécialiste de la prospective, j'ignorais ce que c'était jusqu'à très tard dans ma vie. C'est un peu par hasard que j'ai été invité à un congrès de prospective près de Londres exactement en 2015 und ich habe ein Universum faszinierend von diesen Menschen, die mit dem Objekt der Arbeit, das sehr, 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 sehr und sehr, das ist der Zukunft und der Zukunft. Das würde ich sehr, 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 sehr Romaneske machen, ein Spätschalist des Wissens. Ich würde sagen, ich mache jetzt eine Parenthese, ich stelle die Wissens, der Wissens, der Wissens der Wissens, der Wissens, der Wissens und der Wissens. Meine Idee als Romanerin ist, dass der Narrateur einbereinstigt, um die Wissens nachzudenken, um die Wissens, die Wissens, der Wissens, der Wissens, der Wissens. Also zu der Bombardierungsfrage kommt er gleich noch, aber ein weiterer Punkt, der ihn fasziniert hat, war eben, als er auf diesem Kolloquium war, er fand, das ist ein super gut geeignetes Thema für einen Roman und er wollte seinen Protagonisten eben in diesem Setting ansiedeln, das der Zukunftsforscher ist und ihn interessiert eben diese öffentliche und private Dimension von Zukunftsforschung und er fand das spannend, einen Protagonisten zu entwickeln, der Werkzeuge an der Hand hat, um das, was die Zukunft der Öffentlichkeit werden wird, zu bestimmen, zu erforschen, der aber gleichzeitig ohne jedes Mittel dasteht, was über seine eigene Zukunft zu wissen, über seine private Zukunft. Für die Frage zu beschäftigen, die ich nicht wusste, ich habe einen Ich habe einen, der ich in einem Präsentieren, mit einem einen, der auch die gleichen Fonds, als der Narrateur, und ich habe gefragt, wie ihr arbeitet? Der Zukunft ist sehr groß. Er hat mir ein paar Beispiele gegeben. Das war die Zukunft der Alimentation, die Zukunft der OTAN. Ich habe gesagt, das würde ich nicht interessieren, als Romancier. Und dann kam, in den Themen, die Zukunft der Zukunft der Technologie-Nouvelle-Teknologien. Wir sind fast im Bombardement. 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 Also er hatte vor allen Dingen zwei Ziele mit diesem Projekt. Er wollte einerseits, dass das gut informiert sein sollte und glaubwürdig sein sollte, das mit den neuen Technologien. Also dass das wirklich zuverlässige Informationen sind. Aber ein weiteres Ziel war natürlich, dass es ein guter Roman werden sollte, dass man das auch lesen können sollte. Und so hat er versucht, in dieses glaubwürdige Setting der Zukunftsforschung gewisse romanhafte Züge reinzubringen. Und dafür hat er zwei Figuren eingestreut, sozusagen, nämlich zwei Lobbyisten, die in Brüssel rumlaufen und die eines Tages den Erzähler zu beeinflussen versuchen und ihm ein Angebot machen. Er hat eine lange Antwort auf Ihre erste Frage. Vielleicht, ja. La nächste Woche, ich werde ja oder nein sagen. Nein, nein. Also, wenn Sie lange antworten, Sie antworten auf die nächste Frage. Nein, das ist gut für mich, weil ich nicht lese. Also, jetzt, dieser Roman, da ist ein sehr mysteriösser Anfang. Ihr spricht von 48 Ateuren. Und das Roman, ich glaube, das ist eine Fiktion und auch eine Autofiktion. Votre Pferde war, ich glaube, fünf Jahre vor, dass Sie antworten haben, das war, und das Roman ist. Und das Roman ist, es gibt zwei historien. Eine historie, eine historie, auch über den Konflik zwischen Europa und der Chine, über die neue Technologie, und in der gleichen Zeit, diese historie, die Protagonistin, die in der ersten Person, in der ersten Person, und diese Person-Là, nicht bereits Sie, aber ich habe die Gefühl, dass Sie auf Ihre eigene Historie arbeiten, in einer Fiktion von einer Person, die parallel zu Ihnen ist. Also, die Frage lautet, der Anfang ist ja sehr mysteriös, und es ist eine Mischung, so die Hypothese, aus Fiktion und Autofiktion, also autobiografischem Anteil, und die Frage lautet, 2013 ist der Vater von Jean-Philippe Toussaint gestorben, ob das nicht eine Aufarbeitung aus seiner eigenen Biografie ist, die dann vermischt wird mit dem Technikstreit zwischen Europa und China und die Vorherrschaft der neuen Technologien. – Ja, also, in der Roman, es gibt natürliche für den Narrateur, des affaires publiques liées à sa profession und des affaires privées liées à son mariage qui bat de l'aile, à son père qui est malade, – Ja, aber das ist wie in der Welt, in der Berufung und der Aspekt privé. Es ist sicher, dass in der Roman, wie Romancier, der Bereich privé der Geschichte des Narrateurs ist in der Ombre, während den drei Quarts des Romans. Aber, in der Ende des Romans, der Aspekt privé wird in der Linie, und das ist die einzige Sache, die ganze Geschichte, die Geschichte, die Geschichte, Also dieser Erzähler, der ist natürlich zugleich eine öffentliche und eine private Person, wie jeder von uns und seinem öffentlichen Leben, das heißt, seinem Job misst er zunächst sehr viel mehr Bedeutung bei. Und lange Strecken des Romans über ist das private Leben so ein bisschen im Schatten. Es wird angedeutet, dass er sich scheiden lässt. Es wird angedeutet, dass der Vater krank ist. Aber diese private Existenz, die tritt eigentlich erst gegen Ende des Romans aus dem Schatten heraus und es stellt sich dann raus, dass das das eigentliche Leben ist, was zählt und nicht das berufliche Leben, das der Erzähler vorher für so enorm wichtig gehalten hat. Er ist in einem eigenen Vater, der in 2013 ist, und ich denke, die Date der Erzähler wurde wichtig in der Genese der Erzähler. Ich habe gesagt, dass ich von Bruxelles gesprochen habe, die nicht in meinen Fortschritten war, nach meinem Vater. Und ich habe auch ein Thema mehr politisches, ein Thema mehr öffentliche, die er sich selbst beschäftigt hat. Er war auch ein Journalist, und er hat das Interesse für die Welt, für Europa, für die Politik. Und ich sage auch eine dritte Sache, das ist die erste Mal, mit diesem Roman, das ist das gleiche mit dem Roman, der in der Schweiz, die sich in den Fortschritten ist, wo ich oft gemacht habe, wo ich vieles berechtigt habe, wo ich vieles Buches gemacht habe, wo ich vieles Dokumentation habe, wo ich jemanden habe, und das ist ein Werk, das ist ein Werk, wie mein Vater gemacht hat. Ich glaube, dass ich ziemlich das Gefühl, dass es da, ich denke, etwas wie eine Oeuvre de Filiation, ein Buch, der sich inscrit in ein Prolongement de la vie de mon Père. Also, der Vater, oder der Tod des Vaters, steht in der Tat in gewisser Weise am Anfang dieses Buchprojekts, und mit dem Tod des Vaters, tritt auch eben Brüssel als Thema dann in den Vordergrund, und Brüssel eben als politisches Thema, als Stadt der EU. und sein Vater war Journalist und hat eben sich auch sehr viel informiert über politische Vorgänge über die EU. Und in diesem Roman, wie auch in seinem neuen Roman, Les Émotions, der noch nicht ins Deutsche übersetzt ist, hat er sehr viele vorbereitende Interviews geführt, hat sich sehr viel Wissen angelesen, und er hat so ein bisschen den Eindruck, dass er in gewisser Weise die Arbeit seines Vaters, der eben als Journalist auch so gearbeitet hat, sehr viel gelesen hat, sehr viele Interviews geführt hat, dass er diese Arbeit in gewisser Weise fortführt, also dass diese beiden letzten Romane von der Vorbereitung eben in gewisser Weise die Arbeit, die tägliche Arbeit des Vaters imitieren. Eine andere Frage. Pour leser un mot de Jean-Paul Sartre von seiner Oeuvre, Lettres des Neons, La Trois Dimensions du Temps. J'ai l'impression que votre roman s'occupe de Trois Dimensions du Temps. Comme narrateur, vous racontez l'histoire d'une personne dans la première personne et en même temps, cette personne de vous raconter, c'est une personne qui est un spécialiste de la stratégie de l'avenir. Et en même temps, vous racontez cette histoire, c'est-à-dire la présence de cette personne qui est vraiment très mystérieuse et pour moi, c'est intéressant parce que, je crois, vous bougez entre le nouveau roman et en même temps le roman psychoanalytique. Also, die Frage lautet ob er schwankt zwischen dem nouveau roman und dem psychoanalytischen roman. Die Frage begann mit einem Hinweis auf Sartres Schrift das Sein und das Nichts, wo es um drei verschiedene Zeitformen geht und die Frage lautet, ob es eben auch bei Jean-Philippe Toussaint diese drei Zeiten gibt, also den Erzählern der ersten Person, seine Zukunftsforschung und noch eine dritte Dimension. Also, der romancier erzählt die Geschichte seines protagonisten, das heißt, er beschäftigt sich mit der Geschichte, mit der Vergangenheit. Die Figur selber ist ein Spezialist der Zukunft, ist also mit der Zukunft verbunden. Und die Gegenwart wird erzählt als eine die sehr mysteriöse, die unterschaubar ist. Insofern, insofern, die aktive professionelle des narrateurs ist tournée vers l'avenir. Wir haben, wie sehr rare, in einem roman, keine science-fiction, wie eine Ligne d'horizont, das Leben. Insofern, wir haben die Augen wir haben die Augen vers den Augen. Und insofern, wie romancier, die mechanik romaneske je construite, ist, dass, die drei Quarts des romanen se dirigent vers l'avenir, die Augen refreshnt, und da zu einem will derجensten zurückgregen auf den ersten Blick nach unten. Und das ganze Film, eine Ärzte dritte, von meinem thigh, weil das wird ganz autoboh모isch und eine Art стру�ung, von einer geografie und intem von der Gruktion, von der Gruktion, von der Gruktion des Also er fand es interessant, eben diesen Protagonisten zu entwickeln, dessen ganzes Leben auf die Zukunft ausgerichtet ist. Und das gibt es nicht so oft im Roman, dass man sich so viel mit der Zukunft beschäftigt, außer in Science-Fiction-Romanen. Und er fand es eben spannend, drei Viertel des Romans auf die Zukunft auszurichten. Und dann gibt es einen wirklich brutalen Einbruch des Vergangenen oder der Vergangenheit in das Leben des Protagonisten. Und das hat auch biografische Züge und das fand er eben ein sehr spannendes Thema, dieser plötzliche Einbruch der Erinnerung an die Kindheit in Brüssel. Und dieser wirklich abrupte Umschwung von Zukunftsgerichtetheit zu Einbruch der Vergangenheit in das Leben des Protagonisten. Ich würde sagen, auch noch ein paar Punkte von Ihrer Frage, wo Sie gesagt haben, dass es die Nouveau-Roman und die Psych-Analyse gibt. Und das ist, dass es die Nouveau-Romanen, dass es 30 oder sogar mehr als 30 Jahre oder sogar mehr als 30 Jahre, dass meine Nouveau-Romanen sind, und es gibt immer diese Nouveau-Romanen, dass es immer diese Nouveau-Romanen gibt. Und ich weiß, dass ich von der Nouveau-Romanen bin, dass es die Nouveau-Romanen gibt. Und es ist, dass es in die Nouveau-Romanen gibt, dass es die Nouveau-Romanen gibt. Also zu der Frage Nouveau Roman, psychoanalytischer Roman, sagt er, naja, er veröffentlicht seit 30 Jahren bei Minuit, das ist in Frankreich der Verlag, bei dem sämtliche Vertreter des Nouveau Roman auch veröffentlicht haben. Insofern weiß er natürlich, wo er herkommt, das kann er nicht leugnen, aber neu ist in diesem Roman in der Tat diese psychoanalytische Dimension, wenn man das so nennen will, und natürlich der Vater, das ist ein psychoanalytisches Thema, die Präsenz des Vaters. Und Psychoanalytiker, die seinen Roman gelesen haben, haben ihm gesagt, dass in der Tat für sie dieser Roman eine sehr große psychoanalytische Kraft besitzt, besonders in der Szene, wo dem Protagonisten, der gerade auf der Toilette sitzt, und zu seinen Füßen das Laptop, das Macbook abgestellt hat, wo dem unter der Toilettentür, hindurch von einer mysteriösen Hand, das Laptop geklaut wird. Wir werden diesen Ausschnitt auch lesen, das ist eine sehr starke Szene in dem Roman, und er sagt, achten Sie nochmal auf die Hand in dieser Stelle. Das hat ihm ein psychoanalytiker gesagt, das wäre sozusagen, psychoanalytisch, das stärkste Element, die Präsenz dieser Hand, die sich da unter der Toilettentür durchschiebt. Ich lise dann l'extrait, dont wir vorhin von Ihnen sprechen. Le lendemain, je me réveillais un peu après sept heures, les lèvres sèches, les paupières gonflées, l'une d'elles entravée, encroutée, que je n'arrivais pas à ouvrir. J'avais mal dormi, je m'étais réveillé plusieurs fois pendant la nuit. Encore engourdi, les pieds nus, en pyjama, j'allais m'asseoir au bureau de ma chambre d'hôtel et j'essayais de me connecter à Internet. Mais la connexion était d'une lenteur exaspérante et je renonçais. Je m'habillais et allais prendre le petit déjeuner au premier étage de l'hôtel. Avant de remonter dans ma chambre, je passais à la réception, me renseignais au sujet de l'accès à Internet et la réceptionniste me confirma que la connexion était très mauvaise dans les étages, mais qu'il y avait du Wi-Fi dans le hall. Je retournais chercher mon MacBook Air dans ma chambre et je cherchais un endroit où m'installer dans le hall pour consulter mes mails. Cela faisait deux jours que j'avais quitté Bruxelles et je n'avais pas encore eu l'occasion de relever mes messages. L'hôtel était très animé ce matin. C'était un de ces hôtels chinois, non pas luxueux mais fonctionnel, avec des lustres clinquants au plafond et un lobby en faux marbre extrêmement spacieux que des visiteurs traversaient en tous sens. Certains sortaient de l'ascenseur et se rendaient à la réception, d'autres entraient par les portes à tambour, tandis qu'un groupe de touristes chinois sur le départ, ou qui venaient d'arriver, patientait au milieu du hall, devant un monticule de bagages qui avait été balisé de piquets de mise à distance. Tous les sièges étaient occupés dans le hall, les rares canapés avaient été pris d'assaut, où les gens désœuvrés attendaient devant des sacs et des valises, bercés par la musique sirupeuse de Jingle Bells qui tournaient en boucle dans les haut-parleurs. Je m'étais isolé autant que faire se peut, debout dans le hall, le dos en appui contre un pilier. Mon ordinateur en équilibre dans une main, j'avais réussi à me connecter à Internet. Mais comme je ne disposais pas de réseaux privés virtuels pour contourner la censure, il me fut impossible d'accéder à ma messagerie électronique. Appuyé à la colonne, mon MacBook Air à la main, je me servais du moteur chinois Baidu pour faire des recherches, agacé par la mélodie de Jingle Bells que ne cessait de diffuser un haut-parleur au-dessus de ma tête. À un moment, je dus me rendre aux toilettes et je crus que j'échapperais à la glu guillorette de Jingle Bells, mais la musique me poursuivit jusque dans les toilettes. Quasiment tous les urinoirs étaient occupés dans le vaste local sanitaire. En face d'un grand miroir mural se trouvait une rangée d'une dizaine de cabines individuelles. Un type finissait de s'égoutter les doigts au-dessus du lavabo, un autre s'est passé les mains sous un séchoir électrique. J'avais mon ordinateur à la main et je renonçais au pissotière, préférant m'épargner d'inutiles contorsions pour déboutonner mon pantalon. Je trouvais refuge dans une cabine individuelle et je rabattis le loquet. Je posais mon ordinateur par terre et défis mon pantalon, m'assis sur la cuvette. Je ressentis aussitôt un sentiment de silence et de calme, comme je n'en avais plus éprouvé depuis longtemps. À l'abri dans ce lieu clos, je ne bougeais plus. Je ne faisais absolument rien, je savourais l'instant présent. Je continuais d'entendre les bruits du monde, au loin, de l'autre côté de la cloison, les écoulements d'eau, quelques notes étouffées de Jingle Bells. Je ne m'étais pas retiré dans cette cabine depuis deux minutes, que les battements de mon cœur s'accélérèrent de façon vertigineuse. Je fus saisi d'effroi. Une main apparut devant moi sous la porte. Une main abstraite, sortie de tout contexte, qui entra dans mon champ de vision à la hauteur de mes pieds. Une main autonome, isolée, qui s'agita un instant dans le vide et qui se mit à scruter l'air, à le fouiller, rapide, précise, millimétrée, qui toucha mes chaussures, dont elle tâta fugitivement l'empeigne avant de poursuivre sa route et de rencontrer mon ordinateur, qu'elle se mit à palper sur le carrelage. Et moi, pétrifié, cloué sur place, incapable de bouger, je vis alors la main refermer le couvercle de mon MacBook Air et le glisser prestement sous la cloison pour s'en emparer. Cela n'avait pas duré dix secondes. Je ne réagis pas sur le champ. Je restais un instant paralysé, assis sur la cuvette, interdit, incapable de réagir. Mais d'un coup, je me ressaisis, je me relevais en remontant mon pantalon et sans même me boutonner ni serrer ma ceinture, je soulevais le loquet du verrou et me jetais dehors. La première chose que je vis fugitivement dans le grand miroir mural qui me faisait face, c'est ma propre silhouette débraillée, affolée, désorientée, les mains encore occupées, en haut du pantalon à remonter ma braguette. Poursuivant ma route en bousculant deux personnes devant la porte qui entraient dans les toilettes, je pensais pouvoir encore rattraper le fugitif. J'étais sur sa trace, j'étais dans son sillage. Il ne pouvait pas avoir pris tellement d'avance sur moi. Si je l'apercevais au loin, je pourrais encore reconnaître mon ordinateur dans ses mains et fondre sur lui pour le récupérer. Débouchant un grand pas dans le hall, encore agité, bouleversé, le regard perdu à l'affût, scrutateur, qui allait du comptoir de réception à la cabine d'ascenseur ouverte au rez-de-chaussée, j'inspectais rapidement tous les visages du regard. Je tournais la tête vers l'entrée de l'hôtel et vis un homme de dos, une silhouette qui me parut suspecte, qui était en train de passer la porte à tambour. Je voyais l'ombre de dos qui s'éloignait dans la rue et je me ruais à sa poursuite. Je passais moi aussi la porte à tambour, je poussais le verre de la main pour faire tourner la porte plus vite, mais dans mon impatience, je bloquais le mécanisme qui s'arrêta un instant avant de repartir, ce qui me retarda d'autant, et quand je débouchais dans la rue, au grand air, dans le froid piquant du matin, je vis l'homme, la silhouette, qui montait dans un taxi et disparaissait. Am nächsten Morgen wachte ich kurz nach sieben auf, meine Lippen waren trocken und meine Augenlider geschwollen. Eines konnte ich kaum öffnen, so verklebt war es. Ich hatte schlecht geschlafen, war mehrfach in der Nacht aufgewacht. Mit einem noch halb tauben Körbe und Barfuß setzte ich mich im Pyjama an den Schreibtisch meines Hotelzimmers und versuchte ins Internet zu kommen. Aber die Verbindung war von einer nervtötenden Langsamkeit und ich gab auf. Ich zog mich an und ging in die erste Etage, um zu frühstücken. Bevor ich wieder in mein Zimmer zurückging, erkundigte ich mich in der Rezeption über die Internetverbindung des Hotels und die Dame an der Rezeption bestätigte mir, die Verbindung auf den Etagen sei sehr schlecht, aber das WLAN in der Hotelhalle würde gut funktionieren. Ich holte also mein MacBook Air aus dem Zimmer und versuchte mir einen Platz in der Halle, wo ich mich hinsetzen und meine Mails lesen konnte. Vor zwei Tagen war ich in Brüssel aufgebrochen und hatte seither noch keine Gelegenheit gehabt, meine Mails abzurufen. Das Hotel war an diesem Morgen sehr belebt. Es war eines dieser chinesischen Hotels, die nicht in die obere Luxuskategorie fielen, aber funktional waren. Mit protzigen Kronleuchtern an der Decke und einem riesigen Foyer aus falschem Marmor, das Besucher in alle Richtungen durchquerten. Manche kamen aus den Aufzügen und gingen zur Rezeption, andere traten durch die Drehtür. In der Mitte der Hotelhalle wartete eine Gruppe chinesischer Touristen, gerade angekommen oder kurz vor der Abreise, neben einem kleinen Berg aus Gepäckstücken, der auf Pflöcken gespannte Absperrblätter gesichert war. Alle Sitzgelegenheiten in der Halle waren vergeben, die wenigen Sofas im Sturm genommen, andere Leute warteten untätig vor ihren Taschen und Koffern, gewiegt von dem schmalzigen Sing-Sang eines Jingle-Bells, der in Endlosschleife aus Lautsprechern kam. Ich hatte mich, soweit das möglich war, etwas entfernt von dem Trubel in der Halle mit dem Rücken an einen Pfeiler gelehnt, balancierte meinen Computer in der einen Hand. Schließlich war es mir gelungen, mich mit dem Internet zu verbinden. Aber weil mir kein privates Netzwerk zur Verfügung stand, mit dem ich Zensur hätte umgehen können, war es mir nicht möglich, in mein Konto zu kommen. An dem Pfeiler gelehnt, mein MacBook Air in der Hand, versuchte ich es mit der chinesischen Suchmaschine Baidu, gereizt durch die Jingle-Bells-Melodie, die sich unaufhörlich aus einem Lautsprecher über meinen Kopf ausschüttete. Irgendwann musste ich zu den Toiletten und glaubte schon, der klebrigen Munderkeit des Jingle-Bells entflohen zu sein, aber die Musik verfolgte mich bis in die Toiletten hinein. So gut wie alle Pissoirs des riesigen Sanitärraums waren belegt. Einem großen Wandspiegel gegenüber befand sich eine Reihe von etwa einem Dutzend Kabinen. Ein Typ ließ seine Hände über den Waschbecken abtropfen, ein anderer hielt sie unter einen elektrischen Trockner. Ich hielt meinen Computer in der Hand und entschied mich gegen ein Urinal, was mir unnötige Verrenkungen beim Aufknöpfen meiner Hose ersparte. Ich fand Unterschlupf in einer der Kabinen und legte den Riegel herunter. Ich stellte meinen Computer auf den Boden, zog meine Hose herunter und setzte mich auf die Kloschüssel. Sogleich empfand ich ein Gefühl des Friedens und der Ruhe, wie ich es seit längerem nicht mehr erlebt hatte. Im Schutz dieses abgeschlossenen Orts blieb ich still sitzen. Ich tat absolut nichts. Ich genoss den Moment im Jetzt. Aus der Ferne von der anderen Seite der Trennwand hörte ich weiter den Lärm der Welt. Wasserspülungen, einige gedämpfte Takte von Jingle Bells. Ich hatte mich noch keine zwei Minuten in dieser Kabine zurückgezogen, als mein Herzschlag sich schlagartig beschleunigte. Ich geriet in Panik. Vor mir unter der Tür tauchte eine Hand auf eine völlig unwirkliche, aus jedem Zusammenhang gerissene Hand, die in Höhe meiner Füße in mein Gesichtsfeld geriet. Eine selbstständig agierende, abgetrennte Hand, die sich einen Augenblick im Leeren hin und her bewegte, das Terrain sondierte, schnell, präzise, millimetergenau, dann meine Schuhe berührte, flüchtig über das Oberlederstrich, bevor sie ihren Weg fortsetzte und auf meinen Computer stieß, den sie abzutasten begann. Ich blieb wie erstarrt sitzen, festgenagelt auf meinem Platz, völlig unfähig zu einer Bewegung und sah zu, wie die Hand den Deckel meines MacBook Air zuklappte und das Gerät rasch unter die Trennwand zog und an sich brachte. Das hatte keine zehn Sekunden gedauert und ich war wie versteinert, blieb einen Augenblick wie paralysiert und sprachlos auf meiner Kloschüssel sitzen, unfähig zu reagieren. Aber dann riss ich mich zusammen, sprang auf, zog meine Hose hoch und ohne sie auch nur zuzuknöpfen oder den Gürtel zu schließen, entriegelte ich die Kabinentür und warf mich nach draußen. Das Erste, was ich flüchtig in dem großen Wandspiegel mir gegenüber wahrnahm, war meine eigene konfuse und verwirrte Gestalt, die Hände oben an der Hose noch damit beschäftigt, den Reißverschluss hochzuziehen. Ich rannte los, stieß vor der Tür zwei Personen zusammen, die in die Toilette wollten, hoffte, den Flüchtigen noch zu erwischen. Ich war ihm auf den Fersen, dicht hinter ihm, er konnte keinen großen Vorsprung vor mir haben. Aber auch wenn ich ihn aus einiger Entfernung entblicken würde, ich würde ihn noch an meinem Computer in seinen Händen erkennen und mich auf ihn stürzen. Um ihn mir zurückzuholen. Mit großen Schritten erreichte ich die Hotelhalle in heller Aufregung, erschüttert, ließ ich den Blick planlos von der Rezeption zu der offenen Aufzugskabine schweifen, inspizierte rasch die Gesichter. Ich wandte den Kopf in Richtung des Eingangs, sah dort von hinten einen Mann, eine Gestalt, die mir verdächtig vorkam und die gerade durch die Drehtür ging. Ich sah den Schatten des Rückens sich auf der Straße entfernen und stürzte auf den Ausgang zu, ging durch die Drehtür und presste fest mit der Hand gegen das Glas der Tür, damit ich schneller vorankam. Aber in meiner Ungeduld blockierte ich den Mechanismus, der für einen Moment aussetzte, bevor er sich wieder in Gang setzte, was mich aufhielt und als ich endlich in der glirrenden Morgenkälte auf der Straße stand, konnte ich nur noch zusehen, wie der Mann in ein Taxi stieg und mit dem Verschwand. Jetzt habe ich eine Frage ein bisschen kompliziert für mich, zu lachen. Nach dem Flugzeug der Natur, es gibt eine junge, wie man sagt, der Name ist ein bisschen kompliziert, Stravopoulos, wie man kann man den Namen? Stravopoulos? Ja, aber ich glaube, dass er vielleicht das passiert, dass er vielleicht an der Unterfläche von John Stravopoulos ist. Und jetzt, ich komme zum nächsten Mal, über den Nouveau-Roman. Der Nouveau-Roman ist eine Direktion der Literatur, der Nouveau-Roman ist von Michel Buteer, der Rampgräuert, der Nathie Rott, 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 Ma question est claire ? Il est un monde qui lui semble difficile à comprendre et presque illisible. Il essaye de voir des signes et ça passe très souvent par le visible. Donc je crois que cette position de mes narrateurs, je pense que c'est présent depuis mes premiers livres, est toujours en train d'essayer de déchiffrer le monde. Et cette position de mes narrateurs, je pense, est très proche de ma position d'écrivain. Comme écrivain, je pense que je suis toujours en train de regarder et d'essayer de déchiffrer, de comprendre. Et donc j'ai l'impression qu'il y a toujours des signes qui sont envoyés et que c'est à moi de les découvrir, c'est à moi de les déchiffrer. Also die Frage lautete oder war nochmal nach den Nouveaux-Romans gestellt, nach Autoren wie Butor oder Rob Grier, die eben ein bestimmtes literarisches Programm haben, zu dem auch gehört, keine Interpretationen vorzunehmen. Und die Frage war nun, wie passt denn dieser neurotische Protagonist eigentlich dazu, der alles als Zeichen interpretiert, der auch diesen Raub als vorsätzlich interpretiert. Und darauf hat Jean-Philippe Toussaint geantwortet, dieser Erzähler, wie auch eigentlich alle seine Erzähler, versucht die Welt zu lesen und stellt fest, dass das schwierig ist, weil die Welt fast unlesbar ist. Und seine Protagonisten, er sagt, das ist durchaus eine Charakteristik, die alle seine Protagonisten teilen, die versuchen, Zeichen zu sehen und eben zu deuten. Und deswegen sind auch seine Romane sehr visuell oder haben viele visuelle Elemente. Und diese Tendenz, alles zu entziffern, zu versuchen, alles zu verstehen, zu versuchen, die Zeichen zu deuten, das sagt er es auch sehr nah an seiner Position als Schriftsteller. Also da sieht er durchaus auch Gemeinsamkeiten zwischen sich selbst und seinen typischen Erzählern. Er zitiert Kafka, das haben Sie gehört, ein Zitat. Und das hat im Kampf zwischen dir und der Welt sekundiert die Welt. Und es ist eine Frage, die sich immer noch immer einig、 sondern in der Welt künstlerischen Erzählern. Aber ich muss nicht genau sein, ich glaube nicht sicher, dass ich nicht d'accord bin, ich nehme nicht zu essen für den Dingen. Ich arbeite eher an das Kuhlisch, meine eigenen Art, die Zitat teilen, oder meine eigenen armes zu unterstützen, und ich denke, es berührt der Welt. Also dieser Satz von Kafka, der hat ihn schon lange begleitet und er hat viel darüber nachgedacht. Er weiß aber nicht, ob dieser Satz zutreffend ist. Er versucht stattdessen eher seinen Blick, seine Waffen schärfer zu stellen und doch zu versuchen, diesen Code, den die Welt bereithält, doch eines Tages zu knacken und das Wort dechiffrieren ist ihm in diesem Kontext besonders wichtig. Also er versucht es doch weiterhin mit dem dechiffrieren. Dechiffrieren, das ist so einfach. Entziffern kann ich auch sagen. Es ist nicht möglich. Aber dieser Protagonist, der hat eine Interpretation, er versucht, zu dechiffrieren die Realität, aber er macht eine Errechte und er reagiert über die Errechte. Er reagiert nicht über die Wahrheit über die Welt, sondern über seine Interpretation. Ja, wir sind in der Romaneske. Es ist wahr, dass dieses Buch, contrairement zu meinen anderen livres, ist sehr Romaneske. Indipendlich von der letzte Partie, die ist sehr autobiografisch, ist eine vraie Geschichte, die sich selbstverständlich, ein bisschen wie die Regeln von der Spionnage oder dem Roman Polisier. Das ist etwas, was ich nie gemacht habe. zu construieren eine Mechanik romaneske wie so. Und in der Realität, ich habe mich geschlossen, das interessiert mich, zu construieren diese Geschichte mit einem Suspense, vielleicht vielleicht ein Erreur, die die narrateure macht, nachdenken, nicht trocken, nachdenken, nicht trocken, so ein bisschen mit den outils von Polizien oder von Spionnage. Das war, für mich, sehr neu. Das ist die erste Mal, dass ich dieses Instrumenten Also die Frage lautete, der Protagonist interpretiert die ganze Zeit die Welt, dabei macht er aber Fehler und er reagiert oder er handelt nach seiner Fehlinterpretation der Welt. Und darauf hat Toussaint geantwortet, ja gut, da sind wir eben im Bereich der Fiktion, des Fiktionalen, das ist ein Text mit einem sehr hohen fiktionalen Anteil, zwar eine wahre Geschichte, die er aber versucht hat nach den Genre-Regeln des Spionageromans oder des Krimis zu schreiben und die haben eine gewisse Eigenlogik. Er hat sich eingelassen auf diese Regeln oder Werkzeuge der Gattung des Spionageromans oder des Krimis und das ist was für ihn, was jetzt wirklich neu ist an diesem Roman, was er in seinen früheren Romans noch nicht gemacht hat. Also dieses Spuren suchen, Entziffern, einen Schritt weiter gehen. Ich bin nicht gegen das, aber ich sehe eine contradiction, weil es eine Situation gibt, wo er spricht über die Chine, und er sagt, dass in Europa, die Menschen, die nicht kennenlernen, die Chine nicht kennenlernen, haben immer wieder gegründet, etc. Und es ist wichtig, dass man eine Immensprache umherstet ist. Und es hat sich ein bisschen daran daran erinnert, um die Phänomenologie zu sehen, dass der Welt seine Verrückte, seine Interprétation und seineispiele in einer Interprétation. Aber in der Zeit, in der Zeit, es gibt eine Situation, eine Szenative, an de denen ich gesprochen habe und ich hatte, und ich habe gesprochen. C'est quoi que vous cherchez ? L'interprétation comme un romancier qui crée des fictions de la réalité ou la perception qui essaie de trouver la vérité ? Je dirais qu'il y a... Je séparerais l'arrière-plan ou le décor où là, finalement, je vais chercher finalement des idées générales. Donc, par exemple, la considération sur les relations entre l'Europe et la Chine, par exemple, pour moi, ça fait partie de l'arrière-plan. Et j'essaye de faire un arrière-plan le plus précis, le plus documenté possible. Mais devant cet arrière-plan, il y a le narrateur. Et le narrateur, je ne cherche pas des généralités. Je cherche à exprimer des choses très subjectives, très personnelles, parfois privées. Donc, je ne mets pas les deux choses sur le même plan. Les réflexions que fait ce narrateur-là, parfois, je dirais les réflexions générales qu'il fait, je les mets comme dans le décor, dans l'arrière-plan. Il n'empêche qu'il y a des choses dans ce roman aussi qui sont très privées et qui appartiennent à sa propre personnalité. Et donc, il y a ce côté très subjectif aussi. Alors, la question, c'est qu'il y a dans le roman, c'est qu'il y a un certain problème, c'est qu'il y a un certain problème, c'est qu'il y a un certain problème, c'est qu'il y a un unvermitteilter, un unverstellteren Blick auf China und auf diese Geschichte. Also, in welchem Verhältnis steht das? Und darauf hat Toussaint geantwortet. Er situiert das, wenn man jetzt das in Kategorien des Theaters sagen will, auf unterschiedlichen Ebenen. Denn das eine ist der Hintergrund, vor dem sich alles abspielt und das andere ist im Vordergrund. Und der Hintergrund oder das Dekor sozusagen, das sind allgemeine Überzeugungen oder allgemeine politische Ereignisse, die das EU-China-Verhältnis betreffen. Und da versucht er, möglichst exakt und möglichst genau zu sein. Aber das ist nur die Hintergrundfolie, vor der sich dann im Vordergrund eben die sehr individuelle und sehr persönliche Geschichte des Protagonisten abspielt, die eben auf keinen Fall generalisierbar oder allgemein, sondern sehr individuelle und sehr private ist. Das ist fast die Ende der Zeit, ich möchte nach der Ende des Vordergrund kommen kommen. Und für mich, das war sehr interessant. In dem Moment, wo der Protagonisten kam nach Brüssel zurück, um zu sehen, seinen Vater, die zu sein, war, er macht einen Entwurf. Und dieses Entwurf ist ein Voyage, Es ist quasi eine Recherche, oder nein, es ist quasi jemand, der sein Passagier findet. Das heißt, er passe durch alle Spiele von seiner Kindheit, und ich glaube, er hat quasi das Gefühl, zu zurück nach Hause, nicht wahr? Die Frage bezieht sich jetzt auf das Ende des Romans, als der Protagonist nach Brüssel zurückkehrt, weil er gehört hat, dass sein Vater im Sterben liegt, beziehungsweise dann inzwischen gestorben ist, und er geht aber nicht direkt zum Haus seiner Eltern, sondern er macht einen Umweg. Und auf diesem Umweg findet er eigentlich alle möglichen Stationen seiner eigenen Vergangenheit wieder, die Schule, den Spielplatz und so weiter. Wie ist das einzuordnen? Ich werde eine kurze Antwort machen. Votre Frage ermöglicht mir, dass man etwas herausfinden kann, dass man das Buch so einzusetzen kann. Das ist jemand, der das Zukunft und der der Vergangenheit findet. Er wird ganz kurz antworten. Wenn man den Inhalt des Romans zusammenfassen wollen würde, könnte man sagen, der Protagonist sucht die Zukunft und findet die Vergangenheit. Ich glaube, dass wir mit dieser Zeit enden können. Vielen Dank. Vielen Dank. Das war wirklich sehr interessant. Und ich habe das Wort ein bisschen mehr verstanden. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich darf, wenn Sie mir das noch erlauben, würde ich doch noch eine kleine Passage lesen. dass wir jetzt nicht bei dem Vater da ... Ja, wir sind ja schon zu Ende eigentlich, Roman. Normalerweise ist es ja eigentlich ganz schön, wenn man den selber zu Ende liest. Aber ich springe jetzt nochmal zurück in den Roman rein und lese eine kleine Stelle, um eben zu zeigen, wie witzig, also Kafkaisel vorhin gefallen und die Tücke des Objekts auch manchmal eine Rolle spielt und wie witzig der Roman eben dringend auch ist. Ich öffnete die Tür zu meinem Zimmer. Ich fühlte mich wie ausgebrannt. Ich holte meinen Mantel aus dem Schrank, zog den Kleiderbügel heraus, über den ich ihn gehängt hatte und wollte den Bügel wieder an die Kleiderstange zurückhängen, aber es gelang mir nicht. Es handelte sich um einen dieser diebstahlsicheren Kleiderbügel, die keinen Haken haben und ich bekam es nicht auf die Reihe, ihn wieder an der Kleiderstange zu befestigen. Und nachdem ich einige ungeschickte Versuche unternommen und mich vergeblich abgequält hatte, verlor ich schließlich die Geduld. Wenn ich mich bis zu diesem Moment noch nicht hatte beherrschen können, packte mich jetzt die schiere Wut gegen die Dummheit dieser diebstahlsicheren Kleiderbügel, deren obere Partie, also der eigentliche Haken, an der Kleiderstange befestigt bleibt, während der untere Teil aus einem einfachen, stumpfen Nagel besteht, der wie ein Stummel emporragt, sich also nirgends aufhängen lässt. Wenn man ein Kleidungsstück auf einem solchen amputierten Kleiderbügel in den Schrank hellen will, muss man entweder Kontorsionist sein und seinen Mandel aufhängen, ohne den Bügel von der Kleiderstange zu nehmen, oder man nimmt den Kleiderbügel vom Haken an der Stange, hängt seinen Mandel daran und plagt sich danach damit herum, den männlichen Hagenteil am Bügel in den weiblichen Hagenteil an der Kleiderstange zu buxieren. Ich hielt immer noch den hakenlosen Kleiderbügel in der Hand und immer wütender, nach einem letzten Versuch ihn an der Stange festzubekommen, knallte ich ihn voller Ärger auf den Boden. Um meine Wut an etwas auszulassen, riss ich alle Kleiderbügel von der Stange und schmiss eine Handvoll davon in den Abfalleimer des Bades. Ich schmiss sie in der Vertikale in den Eimer, wo sie ausgestellt stecken blieben wie ein Straußtul. Dann öffnete ich meinen Koffer, schwar mit Schwung die anderen Kleiderbügel auf meine Kleidung und schloss den Deckel wieder in der Absicht, sie mitzunehmen, wenn ich das Hotel verließ. Ja, ich würde sie stehlen. Ich würde die diebstahlsicheren Kleiderbügel stehlen und niemand sollte sich unterstehen, in diesem Hotel etwas dagegen zu haben, dem Hotel, in dem man mir meinen Computer gestohlen hatte. Ich würde in die Niedertracht vor Augen führen, Kleiderbügel derart unbrauchbar zu machen, nur um sie vor Diebstahl zu bewahren, was jedoch überhaupt nichts hilft, denn ich würde die diebstahlsicheren Kleiderbügel stehlen und jedes Mal, wenn ich wieder eine ähnliche Dummheit vor die Augen bekommen würde, würde ich sie genauso stehlen und ich würde auch alle Welt bitten, es genauso zu tun. Ich würde einen Kreuzzug beginnen über die sozialen Netzwerke, einen Aufruf lancieren, ich würde eine europäische Richtlinie in die Wege leiten, mit meinen Kindern darüber sprechen, mit Alessandro und sogar mit den Zwillingen. Im Alter von neun Jahren hört man auf seinen Vater. Ich würde eben genau erklären, um welchen Kleiderbügeltyp es sich handelt und ihnen sagen, dass sie jedes Mal, wenn sie einen von ihnen sehen, sie systematisch zerstören oder eben stehlen müssen. Wer nur konnte auf so eine teuflische und schäbige Idee kommen, die Bügel von einem Haken zu amputieren, nur damit man sie nicht mehr stehlen kann. War das nicht darüber hinaus geradezu die Negation des Prinzips des Kleiderbügels? Vielen Dank. Ja, vielen Dank für diesen neuen Roman. Wir freuen uns ja sehr, dass er hier ist. Wir haben ihn ja doch jetzt lange gekleidet, über fast Jahrzehnte hinweg, die verschiedenen Bücher und das war eigentlich ganz schön immer zu sehen, wenn was Neues kam, wie sich das weiterentwickelt und wie das geht. Und jetzt ist ja Marie zu Ende, vorläufig zumindest, und es kommt was Neues. und wir haben uns wahnsinnig gefreut, als wir dieses Buch gekriegt und gelesen haben, dass jetzt doch so etwas ganz anderes plötzlich da ist. Und Herr Dussler ist bestimmt bereit, Ihnen das, wenn Sie mögen, zu signieren. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen, die gekommen sind, bei all denen, die mitgeholfen haben, dass es realisiert werden konnte heute Abend. Natürlich, ich fange mal mit dir als Dame an, bei Frau Henningfeld, von der Universität, dass sie uns heute mit der Übersetzung unterstützt hat bei Norbert Jocks, dass er hier die Moderation übernommen hat und natürlich ganz besonders bei, ich empfehle mich zu sagen, dass er heute Abend hier war. Vielen Dank. Ich vous remercie vraiment beaucoup de votre accueil. Ich vous remercie tous d'être venus. Ich voudrais remercier aussi ceux qui nous regardent, de Berlin ou d'ailleurs. Je regrette, j'aurais dû être à Berlin au début de la semaine. A cause des conditions sanitaires, je n'ai pas pu y aller. J'espère que ce n'est que partie remise et que je retournerai à Berlin. Merci vraiment de votre accueil ce soir. Peut-être que j'ai encore une question. Encore une question ? Oui. Bien, allons-y. Parce que je me dis, à cause de votre concept de temps dans ce moment-là, c'est possible encore de penser, de faire des réflexions sur le temps, maintenant sous les conditions de Corona, ou c'est vraiment pas possible de se projeter sur un futur ? Alors, je réserve ma réponse à ma prochaine visite. Je pense que je réfléchis pour l'instant à ce que nous vivons, mais c'est encore du domaine du présent. Je réfléchis, il n'est pas exclu que cela apparaisse, transparaisse dans mes livres, mais donc je réserve ma réponse à plus tard, au futur. Alors, Jean-Philippe Toussaint, j'ai aussi très hâte de vous remercier, que vous êtes venus aujourd'hui. Un grand merci aussi à ceux qui sont au live-stream. Sous-titrage Société Radio-Canada, où il a dû lire, ce qui n'était pas possible, mais il a dit, surtout en direction de Berlin, «Il est juste à l'écouter et ne pas à l'écouter. Et il va pas être à l'écouter, jusqu'à l'écouter, jusqu'à l'écouter. Et il va faller encore à l'écouter. Et Norbert Juxer a dit encore encore une question, «Corona, c'est-à-dire que ça ne peut pas être à l'écouter ? » Et il va dire, Jean-Philippe Toussaint, «C'est-à-dire que la réponse est à l'écouter. Je vais vous remercier pour le prochain. » Cela va nous ? » Versprechen Sie der Praxis.